Willkommen zu einem neuen Video und heute spielen wir Invite Me In. Ein Spiel, in dem wir einen sehr attraktiven Fremden eventuell in unser Haus reinlassen oder nicht. Das Game ist vom Spielprinzip ähnlich wie Your Boyfriend. Viele von euch fragen mich, wo Teil 2, 3 und 4 und 5 ist. Bei Your Boyfriend ist die Sache, dass die Entwicklerin gesagt hat, sie möchte nicht, dass man Part 2, 3, 4 und 5 hochlädt. Ich habe es hier aber schon angeschrieben, weil ich gesehen habe, manche machen es, aber eigentlich ist es nicht erlaubt. Deswegen gibt es da gerade noch keine Fortsetzung, weil ich das natürlich respektiere und deswegen warte ich dann noch auf eine Antwort. Dafür gibt es aber Spiele wie dieses, bei dem es erlaubt ist, die sehr cool sind und ich bin sehr gespannt, wenn wir jetzt gleich starten. Über einen Daumen nach oben würde ich mich wie immer sehr freuen und über ein Abo auch. Vielen Dank, dass ihr diesen Kanal unterstützt. Der macht mir super viel Spaß und es freut mich einfach, dass ihr diese Videos auch nutzt, um einfach abzuschalten und Dankeschön dafür. Ich würde sagen, wir starten. Ich bin gespannt und wir gehen rein. So, das ist eine Horror-Game-Demo. That contains content made to in due fear. Also es soll dafür sorgen, dass man Angst hat. Es ist nicht empfohlen für Leute, die leicht zu verstören sind. Wenn du es brauchst, dann lese bitte die Content Warnings. Read Content. Wir lesen mal die Content Warnung für alle. So. Dieses Spiel contains jandere Behaviour. Okay, es ist ähnliche jandere Stalking, Manipulation, Belästigung oder und Gewalt. Selbstverletzungen, Blut, Gewalt, krasse Themen, einen krassen Ton und andere Dinge. Also es hat beinhaltet einfach mal alles. Also wenn ihr dafür nicht ready seid, schaut es euch nicht an. Triggerwarnungen solltet ihr ernst nehmen. Es gibt auch Themen, die mich unfassbar triggern. Beispielsweise, weil ich ja vor einem Jahr überfallen worden bin. Mich triggert es unfassbar, wenn ich mitbekomme, dass Frauen auf Straßen belästigt worden sind oder Schlimmeres. Das triggert mich richtig. Ich wusste nie, wie es sich antritt, getriggert zu sein. Es macht mich richtig aggressiv und mein Puls geht hoch und ich erinnere mich an die Situation, wie es mir ging. Das ist ganz schrecklich. Deswegen, wir fahren fort, aber falls ihr euch nicht ready fühlt, schaltet ab oder schaltet jetzt ab. So. Wenn du sensitiv von einem dieser Dinge bist, dann bitte spiel nicht. Voll süß, dass sie das sagen. So. Ich habe, I have to know, ich muss deinen Namen wissen. Wir nennen uns Gnudrun. Der macht immer alles kaputt, oder? Ja, Gnudrun. Gnudrun. Als die Sonne endlich unterging, the lightning shadows all begin to bleed together and until everything covers in the darkness. Also es geht quasi die Sonne unter, langsam gehen die Lampen an, es wird langsam dunkel. Mein, mein Weg ist geleitet von den Straßenlichtern. Und ich werde langsam nervös. Es fühlt sich so an, als würde etwas Schlimmes kommen. Oh, das kann ich so fühlen. Ich glaube, ich glaube, es gibt so viele Menschen, die sich draußen nachts unwohl fühlen. Jetzt gerade, wo wir strumpst waren müssen, wo es noch dunkler ist, wenn du einfach alleine unterwegs bist. Die Straßenlaternen gehen an. Du hast einfach dieses ungute Gefühl, dass sich irgendwas verfolgt. Du hast schon so deinen Schlüsselbund zwischen deinen Fingern. So traurig, dass wir das überhaupt machen müssen. Das gilt übrigens auch für Männer. Männer haben auch Angst. Es gibt auch viele Männer, die überfallen worden sind. Heutzutage ist es gar nicht unüblich, dass du einfach so auf die Klappe bekommst. Warum auch immer. Okay, ich habe quasi, ich bin angefangen, schneller zu gehen, um schneller nach Hause zu kommen. Ich habe nicht geplant, dass ich so lange heute ausgehe. Vor allem nicht ganz alleine. Ah, wir sind alleine auch rausgegangen. Also außerhalb gegangen, Party machen wahrscheinlich. Der Lebensmittel ... Ah, nee. Okay, wir haben einfach ... Okay, sie war einkaufen. Die Lebensmitteltüte in meinen Händen wird immer schwerer. Selbst wenn es nur ein bisschen, äh, Milch und sonstige Kleinigkeiten in sich trägt. Jetzt frage ich mich, ob dieser Trip es wirklich wert war. So. Turning the corner just leads to another ... Also die nächste Ecke führt einfach nur zu einem weiteren dunklen Ort und zu einer weiteren dunklen Straße. Ähm, Tripping ... Ah, genau. Ich habe ... Ich bin quasi ein bisschen langsamer gegangen, weil ich einfach verhindern wollte, dass ich über Dinge stolpere. Aber es sind einfach nur ein paar kleine Blocks. Ah, es sind nur noch ein paar kleine Blocks, die ich schaffen muss. Dann bin ich endlich daheim. Irgendetwas sagt mir in meinem Hinterkopf, dass es sich hier nicht gut anfühlt, langzugehen. Wenn jetzt wirklich etwas Schlimmes kommen würde ... Ähm ... Ich muss es manchmal auch auf Englisch lesen, weil es manchmal ... Ich bewundere hier gerade alle Dolmetscher. Das ist superschwer, etwas auf Englisch zu lesen, sofort zu besetzen. Is something dangerous really was just out of you going back to an empty house was just like throwing a blanket over your head to keep this monster away. Also sie hat gesagt, es ist sehr, sehr, äh ... Wenn etwas Schlimmes passieren würde, würde sie sich jetzt einfach am liebsten eine Decke umschmeißen, um die Monster wegzuhalten. Es ist quasi jetzt gerade so ein Moment, wo sich das wünscht. Aber sie hat gerade wahrscheinlich einfach nur ohne Grund Angst. Ich habe nicht mal einen Beweis, dass gerade irgendetwas versucht, mir wehzutun. Nur dieses paranoide Gefühl, dass irgendetwas kommt und mein Gefühl sagt mir, ich soll es nicht ignorieren. Ja, aber ich denke mir immer vertraut auf eure Gefühle. Ich hatte immer, wenn mir dumme Dinge passiert sind, sei es in der Busbahn oder draußen, ich hatte immer ein dummes Gefühl. Ich glaube, man hat oft auch schon so ein dummes Gefühl, weil man Angst hat, allein rauszugehen. Aber in manchen Situationen sollte man dem Gefühl einfach trauen und dann zum Beispiel jemanden anrufen. Es gibt ja zum Beispiel auch Telefonnummern, die man anrufen kann, die dann genau wissen, wo ihr seid. Die kann ich euch auch gerne unten mal verlinken, die Nummer, dass einfach jemand weiß, wo ihr seid. Was ich zum Beispiel mache, ich schicke ja auch immer meinen Standort. Wenn ich irgendwo ins Taxi steig, irgendwo unterwegs bin, schicke ich meiner Mama zum Beispiel eine Stunde meinen Standort, wo ich bin und beende den, wenn ich sicher im Hotel angekommen bin und sage, hey, wenn ich mich nicht melde, du weißt, irgendwas stimmt nicht. Ist einfach aufgrund meiner Erfahrungen so mittlerweile. Okay, ich habe jetzt aufgehört, komplett durchzudrehen. Alles, das, was ich gerade tue, sorgt einfach nur dafür, dass ich nicht schlafen kann. Ich fokussiere mich darauf, einfach schnell nach Hause zu kommen, mir keine Sorgen zu machen. Dann werde ich essen, ein bisschen entspannen und dann habe ich alles, was ich zu tun habe. Ich habe alles erledigt, was ich tun musste. Wie arm sind sie sich die ganze Zeit? Oh nein, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Oh Gott. Oh nein, nur wie ich gedacht habe, als ich die Straße runtergelaufen bin, habe ich dort eine eine Figur im Sitzen sehen, direkt vor mir. Ich bin sofort, habe sofort angefangen, nicht mehr zu laufen und habe versucht und habe versucht, das ein bisschen besser zu erkennen. Ich habe gehört, wie das Blut stärker pulsiert hat. In meinen Ohren hat sie es quasi gehört. Das kennt man ja, wenn man so aufgeregt ist, dass man in seinen Ohren das Blut pulsieren hört. Okay, so there are almost fully hidden from you. Also ich kann ihn nicht erkennen oder es erkennen, so I didn't have much of a chance to see them from far away and they are perfectly still. Also diese Figur steht einfach nur komplett still da. Sie weiß aber nicht, wer das ist. Ich fühle Angst, die in mir vorkommt und ich bin wie angefroren und kann mich nicht bewegen. Meine Muskeln sind starr. Waiting to see, ich warte, ob ich sehe, dass der Fremde sich bewegt. Er tut nichts. Und es ist einfach nur dunkel. Ich kann nicht mal sagen, ob er mich sieht. Ich habe aber das Gefühl, dass er mich anstarrt. Es ist so gruselig. Aber ich kann ihn nicht für immer stehen. Ich muss nach Hause. Ich schlucke alle meine Sorgen runter und versuche, mutig zu sein. Und ich laufe weiter, bis ich ein bisschen näher an ihm drin, an den Fremden dran bin. Sowas würde ich zum Beispiel gar nicht machen mehr, weil das ist bei mir voll nach hinten losgegangen. Ich würde halt direkt jemand anrufen, würde sagen, hey, ich bin gerade hier und hier, ich habe gerade einfach nur mega Angst, kann mich bitte jemanden holen. Und so, das wäre das, was ich, glaube ich, in so einer Situation machen würde. So, finde ich einfach mittlerweile so, dass ich da einfach extrem vorsichtig bin. Als ich näher kam, habe ich endlich gesehen, habe ich endlich ein paar Details seines Gesichts gesehen. Und wir haben Augenkontakt aufgenommen. I flinch back a bit after seeing him. Also ich bin ein bisschen zurückgewichen, als ich gesehen habe, dass er mich anschaut. Aber dann habe ich etwas Seltsames bemerkt. Er stand im Gras und hat sich quasi mit seinen Armen um den Körper umarmt, weil er wahrscheinlich Schmerzen hat. Und dann habe ich gehört, dass er sehr schwer atmet. Er ist verletzt. Sehr schwer. Als ich das gesehen habe, hatte ich keine Angst mehr. Aber ich war wirklich besorgt. Hallo? Kannst du mich hören? Bist du okay? Was ist passiert? Für einen Moment schaut er mich an. Sein Ausdruck ist nichts abzulesen. Und die Lichtquelle reicht auch nicht aus, um zu sehen, was er hat. Aber er muss auch Angst haben. Er hat mir nicht geantwortet. An diesem Punkt glaube ich, dass er sehr, sehr verletzt sein muss. Vielleicht kann er mich nicht mal verstehen. Ah, als ich in meine Tasche griff, um nach Hilfe zu rufen, sprach er endlich. Etwas ist mit mir passiert. Ich versuche nur, nach Hause zu kommen. Und ein verletzter Junge. Ich bin ein bisschen verletzt im Moment, sagt er. Ein bisschen? Es sieht auf jeden Fall nicht so aus, als wäre nur ein bisschen was mit ihm los. Brauchst du Hilfe? Kannst du gehen? Er lehnte sich nach vorne. Und, äh... Ah, er versuchte, aufzustehen. Aber er schaffte es nicht und setzte sich wieder in seine Ursprungsposition zurück. Es tut weh. Mein Arm tut wirklich weh. Aber meine Beine sind okay. Wie konntest du deine Arme so verletzen? Sind sie gebrochen? Gebrochen? Ich hab nichts gebrochen. Ähm... Trying to move it. Ah, er sinkt wieder zurück in den Boden. Und er versucht, seinen Körper aufrecht zu bringen. Er zieht mir ihn endlich. Er schaut mich ein bisschen nervös an. Jetzt kann ich aber sein Gesicht besser sehen, da wo er steht. So, jetzt kann ich sagen. Und sein Gesicht war ein bisschen zu süß. Sehr, sehr schön. Also, sehr hell. Ein bisschen scary. Jetzt kann ich quasi entscheiden, wie ich sein Gesicht finde. Ich sag, es ist ein bisschen süß. Ich hab es nicht wovor gemerkt, aber der Typ sieht echt süß aus mit seinen tollen Haaren und seinen schönen Augen. Ich fühle mich schlecht, dass ich genau darauf achte, aber dann bemerkte ich, dass er bemerkt hat, dass ich das darauf achte. Meine Augen haben sich von ihm abgewandelt, weil es mir unangenehm war. Ich sollte nicht an sowas denken, ich sollte ihm wirklich helfen. Ich bin, äh, ich bin, äh, ich bin, äh, ich wirke gerade so rude, also so, please don't think I'm acting. Ah, genau. Also, ich hoffe, dass er nicht denkt, dass ich jetzt irgendwie gerade mich für, äh, mich, äh, seltsam verhalte. Ist alles okay, fragt er. Oh Gott, ja. Ähm, ich glaube, er denkt, dass ich verrückt bin. Alles ist total gut. Ähm, ich bin nur ein bisschen, äh, screamish about broken. Ah, ich bin nur ein bisschen empfindlich, ähm, wenn ich das Gefühl hab, dass jemand gebrochene Arme und Beine hat. Ach, du brauchst dir keine Sorgen machen. Meine Arme sind nicht gebrochen, sie tun nur ein bisschen weh. Nun, ja, okay. Ähm, ich bin ja froh, dass es nicht so schlimm ist. Du solltest wirklich vorsichtiger sein. Eine Verletzung zu bekommen und hier irgendwo an der Seite von der, äh, Straße zu liegen, kann sehr gefährlich sein. Ja, du hast recht. Ich bin sehr froh, dass du vorbeigekommen bist. Es sieht so aus, als hätte ich keine Angst mehr, äh, müsste ich mir keine Sorgen mehr machen. Und ich hatte so Angst vor ihm. Oh, oh. Ich dachte schon, ich werde ermordet. Und jetzt hab ich hier eine totale, äh, jetzt bin ich hier und hab total überreagiert. Und ich hab nur eine normale Unterhaltung mit einem Fremden, der im Gras sitzt. Naja, das ist nicht wirklich normal. Aber ich weiß immer noch nichts über ihn. Und er sieht immer noch sehr besorgt aus. Ich möchte wirklich mehr über ihn wissen. Ich sollte ihn ein bisschen beruhigen und vielleicht, vielleicht kann ich ihm damit helfen. Er wird mir wahrscheinlich sowieso nicht viel erzählen. Wie ist dein Name? Mein Name ist, es ist Devin. Es sieht aus, als wäre er sehr schüchtern. Ich fühl mich sehr schlecht, dass ich ihn gefragt hab. Das ist ein wirklich schöner Name. Er passt zu dir. There's no way. I think you're... Ach, danke. Ich glaub, dein Name ist viel, viel besser. Thank you. Wait, what? Danke? Wait, wer kennt meinen Namen? Mein Namen? Äh, warte, was? Woher weißt du meinen Namen? Ich hab dir nur nicht gesagt. Oh, hast du nicht? Oh, es tut mir leid. Ich, ich, äh, muss... Oh Gott, der weiß schon unseren Namen. I must have thought... Ich hab gedacht, dass du mir schon gesagt hast. Das ist mir jetzt aus den Gedanken einfach so gekommen. Jetzt fühl ich mich ein bisschen peinlich. Ich hoffe, dass ich, äh... In serious now that I accomplished something I didn't even know. But I'm certain your name is... Ah, okay. Es tut mir leid, dass ich davon ausgegangen bin, etwas zu komplimentieren oder ein Kompliment zu machen, von dem ich noch nichts wusste. Ähm, ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass dein Name nice ist. Das ist alles, was ich versuche zu sagen. Tut mir leid, dass ich dich verwirrt habe. Ist schon okay. Ich bin nur ein bisschen... I'm, I'm, I'm card of guard. Also sie, äh, I was just a bit card. Ich hab mich nur ein bisschen... War nur ein bisschen überrascht. Also, wie ist dein Name? Ich fühle mich ein bisschen zu überstürzt, ihm jetzt zu sagen, wer ich bin. Aber ich fühle... Aber ich glaube, er hat es wirklich... Meint es wirklich ernst, dass er sich gerade entschuldigt hat. Mein Name ist Knudrun. Knudrun, das ist ein wirklich schöner Name. Ja, genau, liegt mich doch nicht an. Äh, Devin ist jetzt mehr fokussiert. Und es wirkt so, als wäre sein Schmerz ein bisschen weggegangen. Es wirkt so, als hätte die Unterhaltung ihr ein bisschen geholfen. Er schaut zur Seite. Und wirkt abwesend. Zu einem Fremden zu sprechen, fühlt sich für mich... Äh, äh, äh... Ich glaube, das ist für ihn... Er ist sehr nervös, weil er mit jemandem Fremden spricht. Vielleicht sogar so eine Art Angstreflex. Er fängt an, quasi, äh, mit seinem Sleeve rumzuspielen. Also mit seiner... mit seiner Jacke. Siegensamon, also ich habe noch niemanden gesehen, der so miserabel aussieht wie er, aber ich kann nicht aufhören, mit ihm mehr Zeit verbringen zu wollen. Äh, tun deine Arme immer noch weh? Ähm, ja. Devin versucht, seinen Arm zu bewegen, dann hört er aber direkt auf. Er bringt sie wieder zurück in Position und in seine Position, in der es ihm nicht weh tut. Wird er es überhaupt schaffen, sich ja irgendwo anzukommen? Es ist ja wirklich schrecklich, wenn der Arm so weh tut. Ich glaube, das Beste ist... Ich glaube, das Beste, um ihm zu helfen, ist, dass wir das hier jetzt schnell beenden, um nach Hause zu gehen. Äh, und dann... Also dann sitzt er hier alleine in der Dunkelheit und das macht mich noch ein bisschen... Das lässt mich noch ein bisschen schlechter fühlen. Talking to him has been a bit weird, but I can't help the norving feeling of concern for some reason. Also sie würde jetzt am liebsten nach Hause gehen, sie hat aber ein schlechtes Gewissen, ihn hier allein zu lassen. Ich fühle mich echt schlecht, dich hier einfach zurückzulassen. Lass mich dir helfen, dass du ein bisschen noch weiter zu deinem Zuhause kommst. Du musst hier nicht allein im Dunkeln sitzen. Mein Haus ist ein bisschen weit weg zum Laufen, es geht schon. Ich fühle mich schon besser, nachdem wir geredet haben. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu sehr Angst um ihn gehabt. Naja, lass mich wenigstens dich noch ein bisschen begleiten. Es ist besser für dich, als hier auf dem Boden zu sitzen. Du hilfst mir? Das weiß ich wirklich wertzuschätzen. Ich... I just need some help. Ich brauche nur Hilfe zum Aufstehen. Und dann kann ich schon alleine gehen. Okay. Ja, ihm aufzuhelfen, hört es sich sehr einfach an. Aber eigentlich finde ich es keinen guten Weg, jemanden hochzuheben, der schwerer ist als ich. So, ich legte meine Lebensmitteltasche weg. Und lief näher an ihn heran. Wir schauten uns beide an. Das wird so intensiv. Wir schauten uns an und überlegten, wie wir das jetzt am besten anstellen. Ich möchte ihn hochholen, ohne ihn zu verletzen. Selbst wenn er seine Beine bewegt hat, war er immer noch in der knieenden Position. Ich nahm meine Arme um seinen Körper, um seinen Torso und richtete ihn auf. Als ich ihn versucht habe, hochzuhalten, wurde sein Atmen... Also er hat halt vor Schmerzen gestöhnt. Sein Körper war extrem angespannt in dem Moment, als ich ihn hochgehoben habe. Bist du okay? Ich versuche nur, deine Arme nicht zu sehr zu bewegen. Ah, hat nicht so wehgetan. Ich kann es kaum mehr fühlen. So, after knowing this... I give one final lift. Ich versuche, ihn noch einmal final hochzuheben. Und er steht. We did it! Wir haben es geschafft! Hoffe dir geht es jetzt gut. So, jetzt sollte ich aber wirklich... Now I should really be heading... Bah! Und dann werde ich unterbrochen. Bevor ich meinen Satz überhaupt zu Ende sagen kann, versucht Denvi allein... Oder Devin versucht dann alleine aufzustehen. Ich versuche quasi, ihn stabil zu halten. Und er lehnt sich quasi an mich dran. Was ist passiert? Bist du okay? Ja, ich bin okay. Also er hat fast kollabiert. Bist du sicher? Ich kann jemanden anrufen, dann wirst du in eine Klinik gebracht. Was ist falsch daran? Ich glaube, es ist nur mein Blutdruck, weil ich so lange gesessen bin. Mir geht es gut, wirklich. Glaubst du, du kannst wirklich auf eigenen Beinen gehen? Oder ist das zu viel? Ich glaube, ich brauche einfach nur ein bisschen Zeit, um selbst zu laufen. Ich saß hier jetzt schon echt eine Weile. Wie lange denn? Ich würde lügen, wenn ich sage... Ähm, up on the offer. But a small sense of guilt stops me from being on a promise to him. Okay. Also er hat gesagt, ich kann ohne ihn gehen. Und sie hat gesagt, eigentlich würde ich jetzt gerne sein Angebot annehmen, dass sie gehen darf. Aber sie hat einfach zu sehr Schuldgefühle, ihn jetzt hier allein zurückzulassen. Es macht doch nichts aus. Wenn du okay bist, kannst du dich gegen mich lehnen, während wir laufen. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst, sich gerade zu bewegen. Wenn ich deine Unterstützung habe, sollte es okay sein, sich zu bewegen. Okay. Dann lass uns langsam gehen. Schritt bei Schritt. Sie lauften Seite an Seite, Schritt für Schritt, mit seiner Schulter an mich um uns. Also quasi, sie hat seinen Arm um ihre Schulter genommen. Und sie liefen die Straße runter. Es ist hier nicht mehr allein, es braucht sie keine Angst haben. Ich fühlte Danvys Atem. Es wurde immer schneller und schwerer. Wenn sein Körper hörte, es fühlte sich sehr kalt an. Wie lange war er denn hier alleine draußen? Ist er wirklich okay? Ich schaute rüber in Danvys Face, also sein Gesicht, welches komplett blass ist, mit einem schönen, gruseligen Lächeln auf seinen Lippen. Oh, das sieht eigentlich schon fast etwas gruselig aus, wenn ich ihn so anschaue. Als würde er nicht wissen, wie schlecht sein Zustand eigentlich ist. Es wirkt so, als würde es ihn nicht mehr etwas ausmachen. Er bemerkte, dass ich ihn anstarrte. Und seine unlesbaren Augen trafen meine. Es fühlte sich so an, als könnte er meine Gedanken lesen. Oh, wie gruselig. Auf einmal wurden seine Augen weich und er lächelte etwas zufrieden. Du bist wirklich nett zu mir. Selbst beim Laufen hilfst du mir. Oh Gott, kann das sein, ist der Vampir ist? Für eine Sekunde fühlte sich so an, als könnte ich mich bewegen. Ich konnte sehr schwer atmen, ihn direkt anzuschauen. Wie ich schon gesagt habe, kein Problem. Ich musste ihn quasi dazu bringen, dass er aufhörte, mich anzuschauen, dass wir weiter quasi die Straße entlang laufen. Aber ich fühle, but I still feel him right next to me as my heart hammers faster in my chest. Ich fühlte ihn trotzdem neben mir und mein Herz schlug immer schneller. Und ich hoffte und betete, dass er das nicht merkt. Vielleicht bilde ich es mir nur ein. Vielleicht, weil wir uns in so einer seltsamen Situation kennengelernt haben. Aber er schaut für mich irgendwie anders aus, als jeden anderen Menschen, den ich jemals getroffen habe. Ich raffte mich und wir gingen weiter. Wir kamen endlich zum Ende der Straße an, um die Ecke. Da war endlich eine Bank. Wir sind hier. Du solltest auf jeden Fall dich hier ein bisschen ausruhen. Ich nahm ihn vorsichtig von mir weg und setzte ihn auf die Bank. Er sah ein bisschen, Er sieht immer noch ein bisschen frostig aus oder blass. Aber es ist besser, ihn hier an einer Bank abzulassen, wo das Licht leuchtet. Danke schön, dass du mich hierher genommen hast. Auch wenn das Devin sagte, sah er nicht wirklich erleichtert aus. Ich fühle mich echt immer noch ein bisschen schuldig. Kann ich ihn wirklich hier lassen? Er will, ähm, he didn't want me. Er will ja auch nicht, dass ich ihm noch irgendwie weitere Gefallen tue. Ich bin froh, dass ich dir helfen konnte. Ich hoffe, dir geht es jetzt besser. War wirklich schön, dich zu sehen, Devin. Oh Gott. Let go of me. Just as I'm about to. Also gerade in dem Moment, wo ich gehen wollte, nahm seine Hand meine. Das ist doch so das absolut ultimative Kennenlernen, Treffen, was sich jedes Girl wünscht, oder? Und am Ende ist er ein Psychopath. Lass mich los, kann ich sagen. Ist noch irgendwas? Devin, ist alles okay mit dir? Ich spiel's mal, die naive Bella. Ich trete mich sofort um. Turn and hold his hand in on while trying to be gentle with his arms. Ah, ich trete mich um und versuchte, seinen Arm nicht wehzutun. Was brauchst du? Hast du deine Meinung geändert? Sollen wir jemanden anrufen? Ein Arzt? Ich möchte nicht, dass du alleine leidest. Also, gleich kann ich auch mit dir warten. Devin looks ab und er schaut's mich an mit großen Augen. Als hätte er das nicht erwartet. Als ich mich mit ihm auf die Bank setze, nahm er endlich seine Hand weg von mir. Nein, ich habe meine Meinung nicht geändert. Danke dir. Ich möchte dich nur wissen lassen, ich möchte dich wissen lassen, du hast deine Milch vorhin zurückgelassen, als du mir geholfen hast. Und du and you probably don't want to get und du möchtest das vielleicht nicht vergessen. Wir haben unsere Lebensmitteltüte vergessen. Meine Milch stimmt. Das habe ich ja total vergessen. Oh mein Gott, das habe ich ganz vergessen, als ich dir geholfen habe. Ja, ich erinnere mich. Dankeschön, dass du mich daran erinnert hast, Devin. Was würde ich nur ohne dich tun? Er hat nur seinen Kopf ein bisschen geschüttelt. Didn't you say, hast du nicht gerade gesagt, dass ich der Grund bin, warum du sie hier überhaupt vergessen hast? Ja, vielleicht. Aber es war ja nicht deine, deine Absicht. So, I'd still say, also glaube ich, bist du ziemlich hilfsbereit. Devin schaut ein bisschen, also ihm ist das unangenehm. Ich hole jetzt meine Milch. Sag mir, wenn du noch irgendetwas brauchst. Ich gehe jetzt zurück und dann wollte ich direkt nach Hause gehen. Wir sehen uns in einer Minute. Ja, wir sehen uns dann. So, ich gebe ihm einen, äh, ich winkte ihn und dann ging ich zurück um die Ecke, um meine Milch zu holen. So, ich ging wieder in die Straße, wo ich ihn gefunden habe. Ich wirke wirklich froh, dass Devin gesagt hat, I'm really glad that Devin said something because I would have felt so ridiculous. Aber ich bin froh, dass er etwas gesagt hat, weil ich hätte mich so dumm gefühlt, wenn ich direkt nach Hause gegangen wäre und ihn da allein gelassen hätte. Das war der einzige Grund, warum ich wahrscheinlich hier rausgegangen bin und hier nachts alleine herumstreife. So, wir haben unsere Milch wieder. Voll der Riesenbottich. The time makes me realize just slow we were walking before. A distance that feel like it took ages. Ah, okay. Jetzt merkt sie auf einmal, wie, äh, dass sich mit ihm diese Strecke ewig angefühlt hat, die sie gelaufen ist. Obwohl es nur ein kleiner, kurzer Weg war. Ich schaute rüber zu meiner Milch, um so sicher zu gehen, dass sie in einer guten, noch im guten Zustand ist. Und sie sah wirklich gut aus. Ähm, ich war hier, it was only out here by itself for, es waren nur eine Minute hier. Aber ich schaue trotzdem noch mal, ob die Milch irgendwie schlecht ist. I scoot up the bag into my arms. Okay, sie schaut quasi die Milch an. Ich sollte wirklich Devin noch mal Tschüss sagen und zu ihm gehen. Ich checke ihn noch mal ein letztes Mal. Oh, er ist weg. Ah, er ist noch da. Ich ging zurück zur Bank und sah, dass er dort saß. Hm. Irgendwas ist komisch. Es sieht sehr, sehr ungut aus. Tatsächlich sieht er noch, schaut er mich auch an. Ist er wirklich bereit dafür, dass ich gehe? Oder weiß er, dass ich überhaupt hier bin? Ich ging noch ein bisschen näher an ihn heran und ich versuchte, mich über sein Gesicht nach vorn zu beugen. Hey, ich habe die Milch, also ich denke, ich kann jetzt nach Hause gehen. Wie ich schon vorher gesagt habe, es war schön, dich zu sehen. Komm sicher nach Hause. So wie ich es im Moment gesagt habe, merkte ich, the dark stains forming all over his sleeve unto the rest of his clothes. Oh, blutet der. Early there were small enough that they could be mistaken for shadows. Es waren kleine, dunkle Blutspritzer oder Spritzer, especially the dim light, but now it seems much more obvious. Also sie hat das Blut nicht gesehen. Ist das Blut? Jetzt kann ich das überhaupt nicht mehr ignorieren. Und die Panik schlug mich fast schon. Ich schaute an seinen Arm und sah, dass da Blut runterlief. Okay, er blutet nämlich. Das haben wir nicht gesehen im Dunkeln. Er blutet. Er blutet so sehr. Das kann doch nicht möglich sein. Wie konnte ich das nicht sehen? Da war doch gar kein Blut an seinen Händen. Habe ich das vielleicht schlimmer gemacht? Habe ich ihn verletzt? Ich wollte ihm nicht wehtun. Bist du okay? Ich habe Danvys Schulter. Ähm, I lift in Davids Shoulder to look at his face. Ah, genau. His eye seems hazy. Like, ah, okay. Also sie hat quasi seine Schulter angeschaut und seine Augen sehen schon aus, als würde er gleich in Unmacht fallen. Du musst auf jeden Fall jetzt zu einem Krankenhaus. Sofort. Ich rufe jetzt den Krankenwagen. Warum hast du mir nicht gesagt, dass du Blut bist? Was ist mit dir passiert? Es ist nur ein bisschen Blut. Ein bisschen Blut? Das ist ja überall. Es ist nicht so schlimm. Machst du dir Sorgen um mich? Ja, du siehst wirklich sehr böse, verletzt aus. Ich ging näher an ihn ran und wollte seine Hand nehmen. Auf einmal stand er auf und schaute mich an. Knudrun, bitte hör mir zu. Ich brauche Hilfe, aber ich, Davids seems to inhale, er atmete tief ein und versuchte alle seinen Mut zusammen zu bringen, um mir seine Bitte auszusprechen. Ich wollte rüber gehen und ihm wieder helfen, sich hinzusetzen, aber auf einmal fühlte sich alles kalt an. Ich bemerkte sein Gesicht, ich schaute an sein Gesicht oder bemusterte sein Gesicht und wartete eigentlich auf irgendetwas, das von ihm kommt. Seine Augen schauten mich an. Like he really wants, er möchte mir unbedingt etwas sagen. Seine Augen sehen besorgt aus. Er schaut körperlich immer noch schwach aus, aber es sieht aus, hätte er mehr Energie, als hätte er irgendwie etwas vor einer Sekunde ihn auf einmal verlassen. Wir warten eigentlich beide, bis er etwas sagt. Wirst du mir zuhören? Er zögert ein bisschen, aber meine Neugierde und Suspicion makes me want, also ich möchte unbedingt hören, was er mir zu sagen hat. Vielleicht ist er wirklich für einen guten Grund so. Und ich kann wirklich nicht bestreiten, dass ich ihm wirklich helfen möchte. Ja, ich höre zu. Oh Gott. Devin steps a bit more und er ging ein bisschen mehr ins Licht und er hob seine Arme. It's like he's trying to re... Er wollte quasi seine Verletzungen mir zeigen, die er vor mir die ganze Zeit bewahrt hat oder abgedreht hat. Er wollte nicht, dass ich es sehe. Aber alles, was ich sehe, ist einfach nur mehr Blut und ich mache mir umso mehr Sorgen. Ich möchte mir keine... Ich möchte nicht, dass du dir Sorgen um mich machst. Aber es sieht so aus, als wäre ich in einem sehr schlechten Zustand. Um ehrlich zu sein, es tut auch sehr weh. He grimaces as he looks down his... Er macht zielte Grimasse, als er seine Arme hinunterschaut. Er... 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 Denkt wahrscheinlich gerade daran, wie schmerzhaft das Ganze ist. I didn't want you to know, my arms are so much worse than I let on... Ah, ich wollte nicht, dass du weißt, dass meine Arme noch viel schlechter eigentlich in schlechteren Zustand haben, als sie jetzt gewirkt haben. Warum hast du es mir dann nicht so... Warum hast du mich dann nach Hilfe gerufen? Jemand hat mir das angetan. Sie wollten mir wehtun. Jemand hat dir das angetan? Wer? Devin looks... Er schaute mich an mit einem schmerzhaften... mit einem schmerzverzerrten Gesicht. Dann schaut er wieder auf seine Arme. Ein Stalker. Ein Stalker? Meinst du das gerade ernst? Äh, ich führte... Ich merkte, wie mein Blut, äh, kalt wurde. Ja, es ist wahr. Ich weiß nicht, was passiert ist, als es zu spät war. Ach, ist ja so ein jandere Ding, ne? Wahrscheinlich hat er so eine Gestörte, die ihn liebt und die hat ihn so verletzt. Das Letzte, was ich weiß, ist, als ich... als ich quasi blutend auf der anderen Straßenseite saß. Meine Arme haben so wehgetan, ich konnte mich nicht bewegen. Ich hatte Angst... Ähm... I was, äh, going... Ich hatte Angst, dass man mich tot findet. Aber dann hast du mich gefunden, hast mich gerettet. Ich hoffe, du verstehst, warum ich nicht zum... warum ich so nicht ins Krankenhaus gehen kann. Ich kann... I can tell my attacker would have... know that's... where I need to go and that... Ah, okay. Ähm... Er hat halt Angst, dass sein Attacker genau weiß, dass er im Krankenhaus ist und ihn dann umbringt. Deswegen bin ich zu sehr... habe ich zu sehr Angst. Ich dachte, das könnte nämlich passieren. Ich wollte eigentlich mit ihm, äh, argumentieren oder... Ich, äh... Ich wollte ihm halt dagegen sprechen bei Seems to Fear. Aber ich habe die, äh, Angst in seinen Augen gesehen und so sehr wie sein Körper schüttelt, dass ich einfach nichts mehr gesagt habe dazu. Es ist okay, Devin. Ich verstehe. Du wirst also niemanden nach Hilfe rufen, oder? Nein, werde ich nicht. Aber warum können wir dich die Polizei rufen? Du bist vielleicht in Gefahr. Polizei? Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Das macht mich sehr nervös. Plus? Ich glaube nicht, dass sie mir helfen werden und mir glauben werden. Schau mal, das Ganze... Ich schaute das Blut an und es tropfte einfach nur weiter von seiner Hand nach unten auf den Boden. But if he feels so certain about it, I shouldn't doubt him about it either. Also, ich sollte ihm einfach glauben. There has to be some solutions, right? He can just deal with this by himself and risk getting hurt even more. Ja. Es muss eine Lösung dafür geben. Er kann damit ja nicht selber umgehen, und er wird ja am Ende sterben. Ich möchte ihm helfen. Sein Leben könnte aber ein Risiko sein. Und ich glaube, ich kann nicht nach Hause mit ihm gehen. Denn what are we supposed... Was sollen wir jetzt tun? Du kannst hier nicht alleine rumlaufen. Ich brauche einen... Oh nein. Ich brauche einen safen Platz. I really don't think I just can... Ich kann nicht mehr allein daheim sein, nach all dem. Denn if there were some basic medic... Ah, wenn es irgendwelche Medikamente gibt, das könnte vielleicht helfen. Ich werde mit euch, wenn ihr willst, wenn ihr mehr nach Hause... Oh nein. I may end up regretting. Ich werde das sicherlich bereuen. Aber eine Sache ist sicher. Ich kann ihn hier nicht zulassen. Ich werde Angst haben, aber das ist das Einzige... Okay, ich muss ihn jetzt mit nach Hause nehmen. Oh nein. I feel a bit silly. Okay. A few weeks for some has been watching me. Ah, sie hatte schon mal vor ein paar Wochen das Gefühl, dass jemand beobachtet hat. Aber er wusste ja auch meinen Namen, ne? Das war auch so komisch. Vielleicht lügt er auch. Vielleicht hat er auch eine umgebracht. Und deswegen ist da Blut. Und er wurde dadurch verletzt. Ich weiß nicht warum, aber ich fühlte eine Art Verbindung zu ihm. Als wäre es Schicksal, dass es hier gerade passiert. Oh Gott. And wouldn't I want someone to do the same? Also ich würde doch auch wollen, dass mir jemand in so einer Ernstensituation hilft. Okay, er schaute mich einfach nur hoffnungsvoll an und hoffte, dass ich ihn mit nach Hause nehme. Wenn du einen Platz brauchst, dann lass uns zu mir nach Hause gehen. Ernsthaft? Ich kann in dein Haus kommen? Ich habe einen Erste-Hilfe-Kasten. Ich weiß nicht, ob es hilft, aber es ist besser als nichts. Ja, das wäre super. Ich, ähm, tut mir leid. Ich kann nicht glauben, dass du mir wirklich hilfst. Lass dich doch hier nicht alleine draußen. Aber warum ist dann eigentlich sein Hemd nicht voll mit Blut, wenn er sich so hält? Brauchst du Hilfe, Devin? Und ich, äh, meinte es wirklich mit diesen Worten. Wir schauten uns für einen Moment an, in dieser bizarren Situation, und dann lehnten wir uns wieder aneinander und gingen zu meinem Haus. Aber das, äh, der Ausdruck auf sein Gesicht schien sehr glücklich. Ja. Ich habe die richtige Wahl gemacht, getroffen, oder? Oder hatte ich überhaupt eine Wahl? Ich versuchte auf jeden Fall, jede Art, ähm, des sich unsicher fühlens von mir zu drücken und versuchte, die Sache objektiv zu betrachten. Also, was stehen wir hier noch rum? Wir sollten gehen. Ja, du hast recht. Wir sollten gehen. So, let's go. Ich glaube, wir sind sicher. Aber es ist besser, wenn wir uns ein bisschen beeilen. Na gut, lass uns gehen. Ich hätte so Schiss, dass die Person dann zu mir nach Hause kommt. Blutruhen, was tust du? Du brauchst doch noch Hilfe, oder nicht? Nach all dem? Ich kann doch nicht dafür sorgen, dass du umfällst. Natürlich, sorry. Habe ich ja fast vergessen. Ich war nur überrascht. Ey, der ist nicht verletzt. Der ist nicht verletzt. Der spielt das alles nur. Wir wollten ihm da gerade helfen. Der hat gesagt, hey, was machst denn du? Und er kennt doch unseren Namen. Und ich habe vorhin gesagt, ich fühle mich seit ein paar Wochen schon beobachtet. Der lügt. Wahrscheinlich ist das alles gelogen und nur eine Masche, damit ich ihn mit nach Hause nehme. Boah, wie skrupellos wäre das denn? Oh mein Gott. Even Ford, ich hatte das Gefühl, dass wir uns schon mal getroffen haben. Danvi seems to enjoy being around me. Ah, auch der Moment, auch dass wir uns gerade nur getroffen haben, sieht das so aus, als würde Danvi, Devin es sehr enjoyen oder Spaß haben, bei mir zu sein. Ja, weil er dich stalkt. I'm happy to think I could make that must be one of the worst day ever, a bit brighter. Okay. Ich bin froh, dass sie quasi jetzt dadurch, dass sie jemandem hilft, in diesem Tag, der so langweilig gestartet hat, ein bisschen besser aussehen lassen kann. Devin lehnt sich an meinen Arm und wir gehen zusammen los. Maybe it's from doing it before, but it seems easier. Also, es fühlt sich jetzt auf einmal leichter an, ihn zu tragen. Mein Haus ist gerade, nur ein paar Gebäude weiter. Wir haben es nicht weit. Und dann bleibst du bei mir, über die Nacht und rufst an, wen du auch immer anrufen musst. Oh Gott, das würde ich nie machen, Mann. Also, ich würde jemandem helfen, aber ich würde niemanden in mein Haus lassen. Das ist wirklich so nett von dir. Ich habe das wirklich nicht verdient. Wie kann ich das jemals wieder gut machen? Ach, fühl dich nicht schlecht. Ich will wirklich nur helfen. Ähm, bin ich, bin ich der, is there a reason why you are, ist das ein Grund, warum du mir helfen möchtest? Or you're just the type of person who would have, oder bist du nur der Typ von Mensch, der jedem helfen würde? Devin's face schaut ein bisschen traurig aus. Glaubt er wirklich, das wäre, ich hatte ein komisches Motiv? Ich bin nicht sicher. Voll der Eifersuchtsdrama schon. Ich glaube, wenn ich in deinen Schuhen wäre, würde ich auch wollen, dass jemand nach mir schaut. Oh ja. Ich glaube, dass das jeder für dich tun würde. Dieses komische Kompliment hat mein Herz ein bisschen schneller schlagen lassen. Oh nein! Das lässt mich ein bisschen glücklich fühlen. Oh! Nein! To distract myself from the noise in my own head, I looked out into the darkness, trying to see for any stalker figures. Also sie versucht quasi, es hat sie ja vorhin, ach, das ist der Satz von vorhin. Der Satz von vorhin, dass sie versucht, sich selber in ihrem Hinterkopf zu sagen, was ist denn da hinten für eine großzige Figur? I make sure we are being a, weil sie Angst hat, sie sorgt dafür, dass wir schauen, dass uns niemand verfolgt und niemand in der Nähe ist, der mich nach Hause verfolgen kann. For the past few weeks, I've constantly be seeing moving shadows and feeling eyes on the black of my head. Oh nein! Sie sieht schon seit ein paar Wochen immer wieder dunkle Schatten, die sich bewegen und fühlt sich beobachtet. Aber das erste Mal hat sie dieses Gefühl nicht mehr. Ich fühle mich glücklicher, weil der Typ, der dich beobachtet, neben dir klebt. Und als ich endlich mein Haus sehe, war ich sehr, sehr erleichtert. Oh Gott, bitte. Oh nein. Du hast... You have reached the end of the demo! Thank you, Gnudel, for playing. Invite me in. Continue the game and see how the rest of the night unfolds later this year. The hearts above give a clue to the path you were headed on. Okay, die... Es ist ja nur eine Demo! Verdammt, ich will es weiterspielen. Es kommt Ende des Jahres raus und die Herzen zeigen quasi, ob meine Entscheidung gut war, mit nach Hause zu nehmen. Geiles Game! Mega nice! Also Leute, wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst Daumen nach oben da. Ich frag mich wegen Invite me in, ob er das ist oder ob das seine Stalkerin ist. Richtig cooles Game. Ich bin voll gehuckt. Ich will unbedingt weiterspielen. Also wenn ihr irgendwie mitkriegt, dass dieses Spiel fertig ist und ein Update hat, lasst es mich wissen. Man darf es auch hochladen. Mega gehuckt. Cooles Game. Spannender Cliffhanger. Ich will jetzt wissen, ihr könnt ja mal eure Meinung reinschreiben. Sind wir der Stalker und der Psycho, der mich nur irgendwie beobachtet hat? Oder war es so, dass er wirklich von einer Jandere, weil es stand ja am Anfang drin Jandere ähnlich, dass er von einer verletzt worden ist, die jetzt quasi einfach nur ihn stalkt? Also die Hand gehört die ihm oder vielleicht der Stalkerin von ihm? Ja, ich bin gehuckt. Ich will mehr. Empfehlt mir weitere solche Games. Vielleicht kennt ihr ja noch Games in der Richtung, die ähnlich sind. Empfehlt die mir sehr. Lasst einen Daumen nach oben da und über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und schreibt gerne eure Theorie in die Kommentare. Wir werden es sicherlich bald rausbekommen. Ich schreibe wahrscheinlich sogar, weil ich so neugierig bin, mal den oder die Entwicklerin des Spiels an und frag mal, ob wir es ein bisschen eher kriegen, weil ich will wissen, wie es weitergeht. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.